Herzlich willkommen zu diesem Video von EasyFam. Mein Name ist Christian Eineder, Geschäftsführer der EasyFam GmbH & Co. KG. Lust auf eine Tasse Kaffee mit mir? Ich habe mir gerade einen gemacht und wollte mit Ihnen ein paar Gedanken teilen. Wir beraten viele mittelständische Arbeitgeber und Behörden in Bezug auf Arbeitgeberattraktivität, Vereinbarkeitsangebote und andere Dinge und helfen in der Not, wo der Mittelständler in der Regel keine Kapazität und wenig Budget für Vereinbarkeitsangebote hat und trotzdem den Zwang hat, ein attraktiverer Arbeitgeber zu werden, Stück für Stück in eine Vertrauenskultur zu kommen, vielleicht etwas mehr Diversität in die Führung zu bringen und sich die Kompetenzen für die Arbeitswelt von morgen anzueignen. Und da ist die große Frage, wie geht das denn? Denn wenn der Chef sagt, du musst jetzt agil arbeiten, dann interessiert es die Mitarbeiter in der Regel nicht. Und wenn die Mitarbeiter sagen, ich männlich will in Elternzeit gehen, dann reagieren die Führungskräfte vielleicht häufig mit großer Ablehnung. Und so werden sie immer in diesem Modell bleiben, das sie vielleicht heute haben. Das ist eine Not, die sich bei den Mittelständlern in der Regel in einem sehr starken Fachkräftemangel ausdrückt. Zwei Beispiele. In Bayern haben 84 Prozent der Unternehmen heute einen teils existenziellen Fachkräftemangel. In Baden-Württemberg sind es schon 87 Prozent. Ein verrücktes Niveau, nicht wahr? Wie geht es Ihnen da? Und wir bieten Ihnen ein paar sehr effiziente Maßnahmen, die ohne Personalaufwand für Sie umzusetzen sind, bei geringen Kosten, sodass Ihre Mitarbeiter im Leben mehr Zeit zur Verfügung haben. Und wenn nur eine Stunde davon je Teilnehmer zurück in den Job fließt, dann ist Ihr Fachkräftemangel schon gelöst. Ein Modell, in dem Ihre Mitarbeiter gesünder sind und Ihre Ausfallkosten und Präsentismuskosten um ein paar Prozent sinken, wo Sie jedes Jahr weniger neue Mitarbeiter rekrutieren müssen. Und auch das spart der Personalabteilung enorme Aufwände, viele Bewerbungsgespräche bei den Linienmanagern und eine ganze Menge Rekrutierungskosten. Und ganz nebenbei werden Sie ein attraktiverer Arbeitgeber. Warum ist das wertvoll? Weil Sie dann bessere Bewerber bekommen. Denn, Achtung, die Top-HR-Maßnahme ist die Rekrutierung. Sie schlägt alle anderen um Längen. Das heißt, habe ich nicht die richtigen Bewerber, habe ich schlechte Bewerber, muss ich unter schlechten Bewerbern auswählen, werde ich noch so viele Personalmaßnahmen ansetzen können. Ich werde es nie wieder kompensieren. Das heißt, die Personalauswahl ist die HR-Maßnahme Nummer eins mit Abstand. Ja, warum sind wir in dieser Lage, wie wir heute drinstecken als Mittelständler? Unsere Welt ist VUCA geworden. Sie ist volatil, sie ist unsicher geworden, sie ist komplex geworden und viele Entscheidungen sind ambivalent. Und das stresst sie, das stresst ihre Mitarbeiter, das stresst die Führungskräfte und alle leiden unter dem Fachkräftemangel. Und das ist aber ein diametraler Gegensatz zu dem allgemeinen Wunsch nach mehr Vereinbarkeitsangeboten. Über 40 Prozent der Mitarbeiter ohne Kinder wünschen sich heute in Deutschland eine Teilzeittätigkeit. Und 80 Prozent wünschen sich einen Arbeitsort, den sie frei wählen können. Und 36 Prozent ihrer Mitarbeiter mit Kinder im deutschen Durchschnitt wünschen sich Teilzeit und können aber nicht. Das heißt, es gibt riesige Diskrepanzen, obwohl die Arbeitswelt von uns immer mehr fordert. Und es kann doch nicht darum gehen, immer früher aufzustehen, um schneller im Hamsterrad zu landen. Wir von EasyFam haben die modernsten Arbeitsmethoden und Personalentwicklungsmethoden so liebevoll weiterentwickelt, dass ihre Mitarbeiter sie zu Hause für sich entdecken und den Transfer in die Arbeit schaffen. Zu ihrem Vorteil, zu ihrem Vorteil und eine Win-Win-Win-Situation für alle. Schauen Sie mal rein. Ich freue mich, wenn ich bei Gelegenheit von Ihnen höre. Viel Erfolg für heute. Lassen Sie sich den Kaffee-Wetter schmecken und bis bald, Ihr Christian Eineter.